Ist das los oder was? Ja. Ah, cool. Und er nimmt natürlich auch Ton auf. Das heißt, ich kann jetzt keine fertigen Sachen mehr sagen. Nee. Keine schmutzigen Lieder singen zur Laute. Jetzt sind wir manuell. Von hinten kann ja eigentlich keiner kommen. Dann legen wir mal los. Danke. Danke. Dankeschön. Die Schaltfläne sind schön schnell, bis es gefällt mir. Was denken für möglich? Das gibt es ja gar nicht. Kannst den natürlich auch überfahren. Ja, aber muss ja nicht. Ist ja optimal jetzt. Ist ja super. Ja. War ein Steinchen, schätze ich mal. Ja, whatever. Ja, super. Ja, super. Echt gut. Ja, das ist gut. Schön schnell und dann so rein. Super gut. Auch kannst du schön früh hier auf Gas gehen. Kann ich mit meinem gar nicht. Wenn ich da auf Gas gehen, dann... Ja, klar. Schönen Power-Star. Ja. Hier kann ich fest. Hier muss ich lupfen. Weil ich da unten fürchterliche Geschwindigkeiten drauf habe. Kann sich voll stehen lassen. Super. Ja, super. Ja. Ja, den nehm ich. Den nehm ich eigentlich. Bei dem links. Da fahre ich hart. Die Krabbeldruppe. Ja, top. Das Auto ist noch gut. Ja, ne? Ja. 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 Das war ja schon mal nett. Wie, 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 wie. Normaler Leifen auch. Oder wir hören wahrscheinlich. Ja. Der lässt sich doch nicht vorbei. Das geht es ja gar nicht. Ja. Mal jetzt nicht aufgehen. Furchtbar so was. Was rettet die Menschen? Man weiß es nicht. Es ist ein Boxster. Es kann nicht sein, dass ihr einen Golf. Oder irgendwie so was. Ja? Ja. Voll. Jetzt hat er natürlich gleich hier bergauf. Gute Karten mit Leisen. Ja, aber der kriegt mich jetzt nicht mehr. Bis den Hutkupik kriegt habe ich ihn nicht mehr. Das ist natürlich schön. Hier kannst du alles voll gehen. Die gebe ich bis maximal hier voll. Weil ich hier schon ganz links fahren muss. Und dann hier muss ich echt lupfen. Links. Und dann halt eben überhaupt. Dann ist es natürlich klar. Und der ist so gutmütig, wie der liegt. Aber in der vertikalen Bewegung. Unglaublich. Das macht echt was. Du kannst ja wirklich Gott vertrauen in deine Autohären haben. Ja. Auch dann ist es. Dann würde ich sagen, wenn ich hier in den Mund gucke, bin ich schneller. Ja. No bin ich. Juba. Ja. 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 All done. Das war jetzt ein bisschen überfahren, da wäre ich nämlich weiter links gewesen auch, ganz genau. Ja. 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 Wie magst du nicht die Eizkurve, warum machst du den? Ich auch nicht. Ja. Musst du da einfach nur schön hängen, dann kannst du da runde in den rechten Rädern genau. Genau. Genau so. everything. Markus! Bin zu langsam! Das war flott! Ganz geil war flott jetzt hier! Alter Scheiße, wie schlecht! War gut! Passt! Der ging so gerade! Ja, genau! Und jetzt gucken wir mal! Ja! Spannungsbonus! Dann weiß ich ja vorne im Display! Okay, ne? Ja! 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 Ah, das ist schon erschraubend, wie er die geniegt. Dann ist es auch richtig schnell hier in der Metzgesville, das will ich dir sagen. Es geht auch nur, wenn ihr das 100 Mal schon gefahren ist, das stimmt, nach dem Meer. Guck mal, meine Collation. Wenn ihr in der Gruppe holt, ist der jetzt die zweite Runde mitfährt. Mit dem Jaguar, von dem ich dir erzählt habe. Ein kleines bisschen zu schnell. Ja, aber du musst es ja überholen. Also das rufen wir jetzt mal ab und da. Jetzt mal den letzten Zentimeter rechts auslusten, bitte. Und Attacke. Jawoll. Sehr gut. Der Friedhelm hat mich nicht verstanden, ich wollte ihn nur grüßen. Ja, ja. Deswegen habe ich die Lichthupe gemacht. Ja. Ja. Ah, mein Freund mit der Exige. Null. Ja, komm. Ich kriege da jetzt nochmal eine Packung. Nee, ist er nicht. Hä? Mädel? Äh. Sehr schön. Ja, der ist schnell mit dem Ding hier. Und der ist unglaublich schnell. Der ist Wahnsinn. Das Fahrwerk ist gut. Gefällt mir. Wielstein. Ja. Habe ich vorher drin gehabt. War auch nicht schlecht. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, der Wolfgang Weber da ein bisschen mehr für Rockenheim und Noschersleben zusammengeschraubt hat, als für so etwas hier. Da geht es im Takt zu hart. Der federt ja richtig satt ein. Das ist richtig schön. Ich habe den Schlüssel da gleich aus der Tasche gefallen. Den findest du nicht mehr wieder. Na, weil ich doch. Auch hier, wenn du da Karussell einballerst, ne? Boah. Der leckt mich doch am Beutel. Golf R erster Hand. Gau, wo sie jetzt. Ja. Ja. Der passt nicht. Besser als ihn. Ja? Ja. Ja. Doppel. Ja. 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 Na, ja. 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 Ahhhh. Aaaaaaah Wir können noch eine Wir können noch ein bisschen fahren, ne? Tja. Ein bisschen Wurst. Ich wäre ja bei den Südschlüssel mal irgendwann zu fahren. 10 nach 4 haben wir. Das heißt also, rausfahren und reinfahren schaffen wir sowieso nicht mehr. Naja, wir fahren doch hin. Wir müssen doch nicht rein. Irgendwo ist der Schlüssel hier. Klopp. Scheiß drauf. Vielleicht noch ein Döttinger. Die Scheiße ist ja jetzt hier.